Lios Eltern teilen ihre Leidenschaft für die Natur mit ihrem zweijährigen Sohn. Die heutige Wanderung ist Lios aufregende erste Begegnung mit den Wundern der Wüste, einschließlich verschiedener Arten von stechenden und blühenden Kakteen, die er noch nie gesehen hat. Sogar der Wüstenboden ist für Lio spannend. Seine Beschaffendheit ist so ganz anders, als er es von zu Hause kennt. In der weiten offenen Landschaft und vor einer majestätischen Kulisse erkunden sie im entspannten Tempo die Flora und Fauna. Die Wüsteninsekten sind faszinierend und Lio sieht begeistert zu, wie sie zu ihren unterirdischen Höhlen huschen und dann verschwinden. Seine Eltern erklären ihm, was er anfassen kann und was wehtun könnte. Und dadurch lernt Lio, sowohl Insekten als auch Pflanzen zu respektieren. Lios Erlebnisse in dieser neuen Landschaft regen seinen Respekt und seine Neugierde an.